Ooooooh! Oh! Ohoho! Ohohoh! Nee! Es waren zu viel! Es waren zu viele für mein Leben! Oooooohhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohozhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Oh, es gibt 2-5-5-5-5-2! Wie kann man das der 2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-2? Es war zu late, eigentlich. Es ist leider schon zu spät, das ist... ...YouTube-Youtube... Ey, was? Was passiert? Ah, schon wieder bloody alter, WTF? Fuck Bloody, ist der Estradi auch noch am Fallen? Nein, ich hab dem, ich hab dem, nein, nein, ich hab dem Auslöser Er hat sich die Kills rein untereinander Ich knife den Auslöser Der Bloody haut heute einfach 100 Euro rein, ich dachte, seine Stimme ist für immer weg Kann wahr Oh Those earrings Ja, wo seid ihr denn? Wir haben Mütze Ei No, was ist das hier? Möge das Knife heute mit mir sein, Gabe No, wie nice ist das? Nice Also Bloody muss ganz weit von mir weg, Alter Oh, ich recorde Warte, wo kommen wir an? Ich hab 10, ich hab die Keys hab ich Ey Junge, das hat hier schon eine nice Atmosphäre, ja Ach so, egal, mach einfach Oh shit, Storm incoming auf dem Weg Warte, 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 warte Ich bin bereit Ok, ok, ey, oh mein Gott Ey, ich bin so ready für den shit Die Rexie ist auch am stark Bin so ready für den shit Bin so bereit Yes, yes, yes Okay, 3 2 1 Oh shit Go Oh Gott, es rattert, ich höre, ey. Pink! Ich habe Pink! Tötet ihn! Es fängt gut an, tötet mich! Tötet mich doch! Kill mich doch nicht! Ja, ich bin schon down, ich bin schon down. Achso, Alice in Lila! Ey, ihr dumm Lacker. War ich der einzige mit Pink, oder was? Ich bin auch kurz auf Pink, Mann. Ja, 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 es fängt gut an. Ah, Jungs, im Moment habe ich echt Lack bei den Case Openings. Soll ich... Zähl ab, zähl ab, zähl ab. Okay, drei, zwei, eins. Go, Attics! Nein, Ratz geht vorbei! Jo, bei mir auch. Ja, ja, und wieder! Was? Ich konnte down gehen. Destroy Blader, wo ist er, wo ist er? Ich glaube, mein gebrochener Arm gibt mir Beistand. Was ist das Atomic Aloy? Ist die FN, dann wirst du nochmal gekillt. Ja, viel Ländiger. Ey, aber ich gönne euch alle... Ich gönne euch allen Knives, solange ich ne Dragon Lore nachher ziehe. Dankeschön. Das sieht gut aus. Zähl ab. Ich hab grad was zu essen bekommen hier. Okay, okay. Ja, ich zähl ab. Ja, ich muss Chroma aufmachen. Drei, zwei, eins. Go. Ah, bisher ist noch ein schlechter... Boah, es fliegen nur Redskins vorbei. Ah, jetzt glaubt ihr mir nicht! Was ist das für ein göttliches Case Opening? Was hast du, was hast du? Ja, tötet mich alle! Was hast du? Ja, tötet mich alle! Ja, ja, tötet mich alle! Heute ist ein guter Tag! Heute ist ein guter Tag, Gaben! Ja, ja, ja! Seid leise, Jungs! Jungs, ich zähl ab in eurem Leben! Yeah! Okay, Jungs, seid ihr ready? Seid ihr... Ey, man! Go go, Jungs! Warte mal! Was, was, was? Jetzt ist er gemutet. Wer, wer, wer? The Rings. Ey, Jungs, ich hab grad'n Run, meine Finger spitz... Merkt ihr das, wenn's so... 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 So leicht prickelt? Komm, was, Lan, was? 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 Ey, meine Stimme ist am Arsch, jetzt zähl doch ab! Ach so! Ey! Das ist ein Loid! Das ist ein Loid! Zähl doch ab! Okay, drei... Zwei... Eins... Go! Wird ein Knife! Woah! Ach! Mach! Ey! Ey! Ey, aber Jungs! Ey, wie, wie Burak immer sagt, mein Herz ist grad so richtig weich! War das... Dead Track? Dann fick ich dich nochmal! Wer geht down? Wer geht down? Niemand geht down! Niemand geht down! Ich hab blau... Okay, seid ihr ready, Jungs! Warte! Let's the case! Kurz reiben! Drei... Zwei... Eins... Go! Ey! Oh mein Gott! Da war das Dead Track! Hoho! Wie viele Dragon Kings! Ach, Mann! Ey, Mann! Geh doch wenigstens auf die Nager, Mann! Ey, aber heute ist mein Herz so weich, ne! Es ist... Es ist nochmal ein Knife heute dran! Jetzt zähl doch ab, Mann! Drei... Drei... Zwei... Eins... Go! Es ist so weich, Jungs! Du hast Steine in deinem Kopf! Ey! Oh mein Gott! Geh down, wahrscheinlich! Oh, Hock! Ich hab das Case open-up und Trill mitbekommen! Ne, hab ich nicht! Hat er was krasses gezogen, oder was? Wo's Hock's? Wo's Hock's? Hier! Fick ich mich! Danke! Ah! Er hat Lila! Na gut, Lila geht ja noch! Ja... Ich fick euch alle, Mann! Jetzt zähl ab! Warte aber weiter! Zähl ab! Okay, okay! Drei... Zwei... Eins... Go! Ey! Geh doch weiter! Weiter! Ja! Ich geh down! Ich geh down! Ich geh down! Er hat Pink! Er hat Pink! Wer, wer, wer?! Er hat's der Trick! Ja, aber... Bloody auch! Bloody muss auch down gehen! Weg mit dir! Weg! 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 Einfach weg mit euch! Weg mit euch! Ich fick euch alle! Komm! Ey, der Commander hat da echt ein... ein schattiges Plätzchen, wenn man ehrlich ist, ne? Das sieht schon nice aus da in dem Busch! Naja... Jetzt fehlt ab! Kommander will halt keinen Sonnenbrand! Ja, der Commander verträgt sowas auch nicht so ganz! Ja, wie schaut's aus? Fehlt nicht noch einer hier? Okay, ab mal Scheiß drauf! Die Schwachen werden down gehen! Bloody... Bindgema noclip! Okay, Jungs! Seid ihr ready, Jungs! Drei... Oh, ich versuch's, Bra! Ich versuch's! Eins! Amen! Ey, da war die Katja! Oh, da... Oh, oh! Oh, oh! Oh, nee! Es... Es war zu viel! Es war zu viel für mein Leben! Oh, Mann! Mein ganzes Leben! Nicht mal! Ey, mein Leben! Da kriege ich ein krasses Item! Ja, chill doch mal, Mann! Leben! Junge, da... Ey, das war... Weißt du, wie viel Dragon Kings das waren? Seid ab! Okay, drei! Achso! Zwei! Eins! Amen! Möge das Knife mit uns sein! Oh, nee! In meinem ganzen Leben werde ich aus dieser Case ein Knife ziehen, Mann! Bring mich jetzt... Oh! Nee! Geht auf die Dawn! Ich kann mich nicht umbringen! Wo bist du? Ich fick dich! Oh! Das ist so! War nötig! Warte mal! Bloody hat ne... Wo ist er? Komm, Bloody! Habt ihr den schon? Okay! Der ist voll ruhig, gell? Der sagt noch nicht mal, dass er was krasses sieht! Lächerlich! Lächerlich! Krass ist, dass er nicht... Ja, ja, ja! Ich glaube, diese Weltner spielt gleich gegen... So, ich hab noch drei Chroma, jetzt auf geht's! Okay, drei! Nee, warte! Stopp! Ich mach erst mal mit dem Case zwei! Messer sind nur ein Gerücht... Setz! Nee... Drei... Zwei... Eins... Go! Oh, es sind schon wieder sehr... Oh, nein! Mein ganzes... Oh, Mann, ey! Low! Ey, was für schöne Sachen da immer vorbeirattern, ne? Teilweise! Das ist so lächerlich! Ich geh lau... Ich geh dauer... Hey, sag mal, bin ich eigentlich... Ey! Warte mal gerade! The deadly poison streak is real! Guckt euch das mal an! Eins, zwei, drei, vier, fünf... Deadly poisons? What the fuck? Ah, es hat so gut angefangen! Warte, 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 warte... Ich bin ready! Ich bin ready! Drei... Zwei... Eins... Hier ist der Track! Echt jetzt? Bei mir gerade auch! Musst ihr mal dran glauben? Oh, mein... Ja, ne, es sieht gut aus für euch! Hä, was? Der Bot? Ey, der Bot fickt uns! Wer ist das? Fick den Bot! Ey, der Bot heißt Bob, ja? Sorry, guys! Ah, Meno! Ah, Meno! Ah, Meno! Muss ich seine Kindheit nachholen, oder was? Okay, Jungs seid ihr ready! Drei... Zwei... Eins... Amen! Ich hab nur das Gefühl, das Leben macht keinen Sinn mehr! Amen! Amen! Es muss... Ich hab... Deadly poisons! Ich will... Ich hieß ihn nur noch Deadly poisons! Job McTel! Ähm... Ähm... Ey, Jungs im Stream, sag doch mal was! Ich hab sie... Das ist... Hä, ist es ein Bug? Fick ihn! Oh! Fick ihn doch! Wen, wen? Ich fick alle... Ja! Den auch! Warum denn mich? Lila! Ey, mach mal ein Team, Mette! Ich muss ihn trüben! Warum fickst du denn? Deine Lila, Harz! Komm! Er muss Prozessklinikkonsole eingeben! Nicht Pummel! Nicht Pummel! Ah, übrigens! Dankeschön, Ballen ohne Ball! Der hat 5 subscribed! Und Dankeschön, ihr Jufen! Jumpshot! Ey, warum nur Hautchen? Warum Hautchen? Nicht Hautchen? Egal! Lamp! Auf jeden Fall! Danke! Ey, der Streak is real! Okay! Go, go! Drei! Zwei! Eins! Go! Ey, da war direkt die... Ey, Dragon King! 20 Mal vorbei! Komm, Games are low! Ey, man! Ey, man! Ich hab' noch drei Keys jetzt! Ey, der Bot! Ey, der Bot! Ich hab' glaub' ich noch 30... Ey, der Bot! Ey, dieser... Fuck! Ey, dieser... Ich komm' noch, Mom! Was für du kommst! Ey! Zehn! Ja, okay! Drei! Zwei! Eins! Go! Ich mach' die Augen zu! Ich mach' die Augen zu! Oh, Mann! Ich kann' nicht, ich kann' nicht! Ich muss dem Schicksal ins Auge blicken, dass ich... Ey! Ich auch! Oh mein Gott! So schlecht! Ach, Mann! Ich dachte, jetzt kommt so irgendwas über Knives hauen! Ich hab' noch... Ich mach' jetzt noch zwei Bravo auf, ne? Oh mein Gott! Ey, ich hab' auch zwei Bravo! Soll' ich mitmachen? Ja, ich hab' noch! Ich hab' noch! Weg von den Losen! Das ist hier weg von den Losen! So! Okay! Inventory! Oh mein Gott! Also, Bravo, ja? Ja, ja! Drei! Zwei! Eins! Go! Oh, ich hab' Fall' Jackerace! Nur Blau! Blau! Okay! BonePile! Hahaha! Die BonePile! Ich hab' die Black Limber! Hahaha! Das ist so schlecht! Okay, okay! Nächste! 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 Warte! Warte! Da! Ich hab' noch nie was Gutes aus der Bravo gezogen! Ja, ja! Ich auch nicht! Doch! Ich hab' meine Stat-Track-AVP gezogen! Als die so... Junge! Ich hab' früher, wo die Bravo-Kills so 3 Cent kostet, ich hab' 200 Stück aufgemacht! Ich hab' nur Scheiße! Ich zähl' ab! Seid' ready? Ja, ja, zähl' ab! Drei! Zwei! Eins! Go! Erster Pink-Skin dabei! Komm' mal, Kappa, erst ab'n Stamp-Rack! Komm' mal, Kappa, erst ab'n Stamp-Rack! Komm' mal, wir sind schon 5, 6 Stück ein! Oh! Mein Gott! Oh! Bitte! 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 Nora, Tempest! Jetzt hab' ich nur noch die Cobblestone! Hey! Cobblestone? Ey! Ich bin sowas von dabei, ne? Ja, aber lass' alleine, Mann! Scheiß auf die Nose! Ist es heilig hier, ja? Ich glaub' schon, wenn wir nach oben gucken! Ey, Leute! Tut mir leid! Wenn wir nach oben gucken, ist es heilig! Ja, doch schon! Ey, glaubst du, ich krieg' ... Oh mein Gott! So! Alter, ich bin so gespannt! Wuhu! Ich müde euch im TS, ich will's in den Weg sehen! Oh mein Gott! Ich bin... Ich bin bereit, du musst nur noch sagen! Oh mein Gott, Alter, wie's grad witzelt! Oh! Junge, guck dir an, wie die leuchtet, Mann! Guck's dir an, wie sie einfach nur leuchtet! Ich weiß es doch! Ey, Junge, du musst nur noch sagen, wie sie leuchtet, Mann! Ich sage dir eins! Wenn die Dragon Lore vorbeifliegt, ich mach' den Stream aus und bin offline! Ja, einfach! Ja, ich geh' auch off! Ich zieh' Internetsteig... Ich steig' auch! Ja, ja! So scheiß aufs Game Away, ich bin offline! Bist du ready, Syrix, Mann? Bist du jetzt ready für die Dragon Lore? Bin ready! Bin ready! Alter! Zäh' du ab! Drei... Z... Zwei... Eins... High game! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist passiert? Ach so! Was hat er gezogen? Ich seh's noch nicht, ich seh's noch nicht! Ich auch noch nicht! Nein, nein, er ist knapp vorbei! Ich sag's euch, 100 Pro! Konflikation! Nein, Diego! Haha, das ist so schlecht! Willkommen auf der Endcard! Links seht ihr Case Opening Battle Nummer 3! Extrem geile Location! Extrem viele Leute haben mitgemacht! Und wir haben auch am Ende nochmal ein Kabistons Souvenir Package aufgemacht! Und rechts Case Opening Nummer 24! Wer mich mal ordentlich fappen sehen möchte! Und auch ordentlich ragen sehen möchte! Für den ist das genau das Richtige wie immer! Alles auch unten in der Beschreibung verlinkt! Vielen Dank für's Schauen! Und wir haben einfach geschlagen! Wichsen! Aber schau! Guck mal.